und weiter geht's wir sind da jetzt gerade in ein neues areal eingetreten unsere trippie tucker ist natürlich schon wieder vorausgelaufen als ob sie nichts anderes und besseres wüsste und dass sie wieder verdächtig nach kampf aus ss ja das würde ich auch mal sagen so können wir darauf müssen wir darauf heulen dann wölfe im hintergrund kann ich dir eine rose pflücken da leuchtet ja ich bin eigentlich ja schon du mit einer ungeduld die ungeduld der jugend gelassenheit und weisheit des alters ist gefragt hier da ist schon wieder ein mac das sehe ich schon wow da sind aber ein haufen max ja warte ich mache ein scan mit der libelle eins links zu eins rechts so aus als müssten wir zu der tür dummerweise weckt der geschützturm sie ab ja ok der mac hat den gleichen abnehmbaren feuerarm ja jede menge max aber die sind nicht aktiv aha das heißt dann schleichen nämlich drei auf der rechten seite einer links und dann geschützturm ja kannst du mal warten warte mal ein bisserl so wir checken hier mal die ganze lage hier jetzt schauen wir mal ob wir da drüben hinkommen ich glaube das ist noch recht ungefährlich oh ja was ist von wegen ungefährlich ja hörst du nicht auf das tut er nicht ne also ich will dann auch über diese leitung drüber du kommst auf uns zu ich bin neuer ob du hoch springen kannst ne ne kannst du nicht kannst du nicht ja ok so jetzt schnell komm lauf mein freund lauf ja also leute wie gehen wir das ganze hier an wir haben die hier über einen überblick drei auf der rechten ein geschützturm da vorne den können wir den arm abnehmen wir überfallen den von hinten schaut ihr es kennt da oben die ganze partie versteck dich mein freund und wir gehen jetzt trippi einfach das zeichen und dann wir springen runter das wird schwächer es wird schwächer vorsicht vorsicht komm trippi komm trippi und 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 was heißt das wo ist denn jetzt meine mg die hatte mir abgenommen oder wenn du mich hochbringst kann ich die leiter unterwerfen ja du bist vielleicht toll ich will meine mg wieder oh ich muss die geschützsteuerung also diese zielsteuerung doch ein bisschen flotter machen die springen doch gewaltig durch die gegend so was mache ich mit dir jetzt das kann ja der hört mich schon wieder ein bis hier oh was komm lad auf das ding wie komme ich da hoch seht ihr irgendwas kann ich da hochspinnen ich werde es einfach versuchen ich werde mal ganz einfach so früh überlaufen und schaue ich mir das da an ja da komme ich hoch gut trippi link ihn ab so oh ich komme dann wieder hoch so jetzt muss ich sie jetzt muss ich ihn ablenken oder schießt jetzt auf mich doch dann kann ich jetzt trippi den befehl geben lauf komm trippi lauf lauf wo laufst du hin komm hey 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 jetzt Trippi Tucker. Aha. Komm. Und was ist denn das? Ah, Gesundheit. Cool. Ja, das Team ist ja fast unschlagbar. Haben wir da was übersehen? Na, wir müssen dann da rüber und da rauf. Und da haben wir schon wieder so eine Haluzi-Geschichte. Ja, das ist doch hier. Was für ein Ding. Jetzt kommen wir mal rauf. Aber hat das Team hier meine Maschine wieder abgehoben? Meine Maschinenpistole und meine MG? Dieser lästige Zipf. Muss ich da jetzt rüber oder muss ich zuerst das MG ausschalten? Wir sollten da rauf auch, gell? Guter Rat, wieder mal teuer. Kann ich da rüber springen? Und wie schalte ich denn, Junge, denn jetzt aus? Ja, das ist ja auch schon wieder ein Flashback, heißt das, oder? Ja. Gut, den hatten wir jetzt. Da geht's nicht weiter. Schon wieder springen. Und verstecken. Und wie schalte ich denn, Junge, denn jetzt aus? Fragen über Fragen und keine Antworten. Oh, da geht's doch. Ja, das kommt von einer Bildungsspielerei. Warte dort. Ich komm zu dir. Klettern muss. Aber der Ideenreichtum ist extrem cool in diesem Spiel. Finde ich halt einmal so. Sackt. Und diese Kooperation mit dem Mädel, das ist auch nicht schlecht. Äh, noch einmal, haben wir da was übersehen? Rauf, runter, irgendwas holen. Ich weiß, das ist lästig, aber dafür gibt's ja diese Let's Plays, damit wir nichts übersehen. Kommen wir da rauf, irgendwie. Und jetzt verstecken und den Geschützturm ausschalten. Diesen. Das haben wir auch schon einmal vergessen, möchte ich behaupten. Das letzte Mal. Bei einem Geschützturm. Man kann ihn dann zerstören und er gibt dann auch wieder Dechorps. Gut. Oh je. Ich hab da überhaupt keine Übersicht. Ja, machen wir hier einen kurzen Schnitt, die Leute. Ich werd dann vielleicht einmal ein Bild upgraden. Und dann hauen wir diesen Geschützturm in Grund und Boden. Und ich hoffe, ihr hattet bis jetzt ein wenig Spaß mit dieser Story. Ich find's extrem geil. Wenn ja, dann macht ein Abo. Wenn nicht, dann sagt es halt nicht weiter. Und wir sehen uns dann gleich wieder. Euer Toso. Tschüss.